Drei harte Wahrheiten, die nur sehr spirituelle Menschen verstehen werden. Für diese Erkenntnisse muss Deine Seele stark und Dein Glaube noch viel stärker sein. Leben bedeutet Lernen, im Idealfall ein Leben lang. Du hast noch längst nicht alle Geheimnisse Deines Daseins auf dieser Welt entschlüsselt. Es gibt einige wenige unter uns, die sich das große Ziel gesetzt haben, dem Leben auf die Schliche zu kommen. Sie wollen alles wissen, was wir auf Erden, im Himmel, in der Hölle oder im Jenseits erfahren können. Wer besonders spirituell veranlagt ist, widmet sein ganzes Leben dieser Suche nach den Antworten auf Fragen, die wir noch nicht einmal ansatzweise formulieren können. Keine Sorge, Du musst dafür in kein Kloster und keinen Tempel oder eine andere abgeschottete Institution eintreten. Wir haben uns schlau gemacht, was zutiefst spirituelle Menschen am Ende ihrer langen Suche und ihrer umfassenden Recherchen zu diesem Thema als große Wahrheit erfahren. Nimm mit uns die Abkürzungen und entdecke in diesem Beitrag, welche die drei mit Abstand härtesten und schmerzlichsten Wahrheiten sind, denen man sich als spiritueller Mensch stellen muss. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 Das Leben ist ein ständiger Kampf zwischen Gut und Böse Wir hätten wirklich gerne bessere Nachrichten für Dich. Aber wer als spiritueller Mensch durch diese Welt wandert, wird an dieser Wahrheit nicht vorbeikommen. Wir treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen. Die meisten davon fällen wir unbewusst und ohne groß über sie nachzudenken. Wirklich beschäftigen tun uns die großen, lebensverändernden Beschlüsse, die langfristig eine Auswirkung auf unser Leben haben. Aus spiritueller Sicht jedoch sind es die tausend Kleinigkeiten, die wir gar nicht groß beachten, die unterm Strich die Rechnung bilden, die dem jüngsten Gericht oder Karma präsentiert wird. Auch wenn wir als moderne Menschen nicht an den Teufel, Satan, die Hölle oder dämonische Verführer glauben. Sie sind allgegenwärtig und lauern ständig nur darauf, uns auf ihre dunkle Seite zu ziehen. Jede Deiner täglichen Entscheidungen kann zugunsten oder zugunsten des Bösen ausfallen. Du hast es in der Hand, ob Du Dich in kleinen Schritten zu einem durch und durch guten Menschen wandelst oder ob Du den Verlockungen der anderen Seite nachgibst. Dieser Kampf hört niemals auf und wir sind mittendrin. Allerdings müssen wir die abstrakten Begriffe von Gut und Böse, Tugend oder Sünde ein wenig weiter und moderner fassen. Heute spielen Anstand und Moral zwar immer noch eine große Rolle und was richtig und was falsch ist, wissen wir ebenfalls. Doch versündigen kann man sich auch gegen die Umwelt, den Planeten, die Zukunft unserer Kinder und gegen alle hilflosen Lebewesen, die Teil der Schöpfung sind. Nummer 2. Glauben nimmt uns in die Pflicht, die Welt zu erschaffen. Diese zweite Erkenntnis klingt schon verlockender, auch wenn sie uns ziemlich brutal in die Pflicht nimmt. Doch der Reihe nach. Von Buddha wissen wir, unsere Gedanken erschaffen unsere Welt. Jesus hat uns gelehrt, bittet und so wird euch gegeben. Nehmen wir diese beiden Überlieferungen als Ausgangspunkte für die Botschaft, die hinter dieser Wahrheit steht. Wer glaubt, wird sich also aktiv an der Gestaltung der Welt beteiligen. Jeder Funken Hoffnung, der in uns keimt, wird als kleiner Energieball nach außen getragen und bewirkt irgendwo irgendwie etwas Gutes. Jeder nette Geste, jedes freundliche Wort löst irgendwo eine positive Gegenreaktion aus. So weit, so gut. Wir kennen diese Gesetzmäßigkeit und wir wissen, dass sie unbestechlich ist. Wer glauben kann, egal woran, ist daher immer ein Schöpfergeist. Wir sind wie Designer, die jeden Tag mit ihren Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten die Welt neu erschaffen. Nichts, was uns bewegt, bleibt unbeobachtet oder ohne Folgen. Wenn du morgen sterben müsstest, welche Welt würdest du erschaffen? Frage dich das ruhig täglich. Es schadet nicht, die persönliche Willenskraft und die Macht der eigenen Gedanken stets vor Augen zu haben. Kein Mensch ist hilflos, der an etwas oder jemanden glauben kann. Nummer 3 Negatives Denken schadet uns weit mehr, als wir ahnen Die dritte große Wahrheit, mit der sich spirituell zentrierte Menschen auseinandersetzen müssen, ist diese. Wir haben den Punkt mit den Gedanken und ihren Konsequenzen schon kurz angesprochen. Doch die eigentliche harte Wahrheit hinter dieser Erkenntnis ist, dass es alles andere als einfach ist, die kritischen Stimmen in unserem Kopf auszublenden. Sogar Ordensleute berichten nach Jahren an Kontemplation in Abgeschiedenheit und Stille, dass ihnen diese Übung einfach nicht gelingen will. Es braucht einen eisernen Willen und beinharte Disziplin, um uns die richtigen Gedanken zu befehlen. Diese Selbstkasteiung musst du üben und das am besten täglich. Es ist so einfach, schlecht über sich und andere zu denken. Mit einem vorschnellen Urteil sind wir rasch zur Hand. Doch das Geheimnis eines glücklichen Lebens besteht darin, überall das Gute zu sehen. Und um es zu sehen, müssen wir erst denken und fühlen, dass es gut ist. Alles beginnt mit einem einzigen Gedanken. Unser heutiges Fazit Die Wahrheit ist uns Menschen zumutbar. Dieses Zitat frei nach Ingeborg Bachmann umschreibt sehr treffend, dass wir uns unangenehmen Erkenntnissen nicht entziehen dürfen. Was unser spirituelles Leben und unseren Weg hin in Richtung Erleuchtung betrifft, erst recht. Wer sucht, der wird einige Antworten finden. Ob sie ihm gefallen, steht auf einem anderen Blatt. Diese drei Wahrheiten, die wir dir heute vorgestellt haben, werden dir ebenfalls nicht zusagen. Niemand sieht sich gerne lebenslang mit den eigenen Glaubenssätzen auf Kriegsfuß. Und niemand kann seine negativen Gedanken einfach so ausknipsen wie einen Lichtschalter. Am ehesten kommen wir noch mit Punkt 2 zurecht, der uns immerhin als Schöpfer unserer Realität adelt, auch wenn uns diese Verpflichtung ziemlich anstrengen wird. Erweise dir selbst den größten aller Liebesdienste und bleib dir treu. Geh weiterhin deinen Weg, Seite an Seite mit jener Form von Spiritualität, die du für dich auserwählt hast. Wachse, lerne und sei die beste Version von dir und das Tag für Tag. Am Ende deines Lebens zählt nicht, wie viel Geld du hinterlässt und wie viele Länder du bereist hast. Was dir an deinem Todestag einzig und allein von Nutzen sein wird, ist, wie sehr du gelebt, wie intensiv du geliebt hast und wie stark dein Glaube ist. Er ist dein Ticket in eine neue Welt, das nächste Leben oder die Ewigkeit. Vielen Dank und bis bald! Vielen Dank!